Greetings, Earthlings, Germans! Wir sind am Sonntagmorgen. Wir sind gerade unterwegs. Sag Hallo Schatz! Guten Morgen! Wir sind gerade unterwegs und holen was nach, was wir eigentlich schon länger machen wollten. Was eigentlich ein Geburtstagsgeschenk sein sollte, aber dann kamen ein paar Dinge dazwischen. Jetzt holen wir es nach. Ratet mal, wohin wir gehen. Hi! Das war es eigentlich schon. Ich wollte kurz angeben, live. Ich melde mich später nochmal. Vielleicht so aus mit der Maus. Tschüss!